Und der Sniper noch geholt. Nice, ja ich hab den vielleicht sogar noch bekommen, den dritten, aber... Ja, ich wusste, ich war mir nicht sicher. Ja, ne, ne, gut, 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 alles gut, man muss ja nicht übertreiben. Lise bitte, ganz kurz. Ich bin geschlossen. Äh, Ding. Ich hab uns hier mal die Städte gesichert. Ich weiß nicht von wo, war das Prison? Ich hab eben genau hier bei der Leiter zwei am Hard-Pick gehabt. Ich hab hier einen Knock, auf Hellblown. Oh, eins gegen drei, zeig mal was wir können. Ja, ich komm, ich komm mal zu dir rüber. Ich hab noch einen Knock, zwei Knock von drei. Komm schon. Alter, bei mir leckst du echt ein bisschen. Die kommen, wär ja der zweite Load-Ocker, ist nicht dolly. Bin jetzt auf Chemical drauf. Ich komm, ich komm, ich bin da. Wo sind die? Naja, warte, warte, hier sind zwei Teams, musst du aufpassen. Achtung, er ist an der Treppe, an der Treppe. Oh, fuck, jetzt hab ich der Ding. Ich komm unten, ich komm unten. Hab ihn tot. Alle dreien, der snipet das. Oh, der ist so trash. Der snipet das. Acht Kills, Junge, ich mach eine 20-Bomb. Es läuft. Acht Kills, 19 am Leben. Er ist oben im Winter. Ey, er kann mich sehen. Der Shieldbreak. Der Shieldbreak. Wenn jetzt nochmal pushen, ist er weg. Komm. Warte, 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 ich helfe dir gleich, dass er wegkommt. Keinen Stress, keinen Stress. Keinen Stress. Ich hab auch nen Luftschlag. Der wird mich nicht pushen, also. Es sind zwei. Er pusht mich. Zweiter Punkt. Der ist noch. Der ist noch. Ah, der ist One-Shot. Und oben der ist noch. Ah, ah. Mann. Oben ist der Wichtige, oben ist der Wichtige. Scheiß auf den unten. Oben ist noch der eine. Ich hab nen Luftschlag. Ich hab nen Luftschlag. Ich hab nen Luftschlag. Der ist noch. Der ist noch. Der hat aufgegeben. Du musst kurz leise sein, ich hab der Teile in sich. Präzisionsluftschlag hat verfehlt. Ich hör gar nichts. 44 Meter, die sind schon bei den Overhand. Hat jemand Sniper-Money von euch? Ich hab nämlich nix mehr. Vor mir? Das grün? Ja, warte, ich komm hoch. Hä? Wo ist der? Wo? Wo ist der? Wo ist der? Da im Gang, im Gang, im Gang. Ich hab gar keine Platte mehr, Herr Grün. Wenn du eine hättest. Der ist noch. Der ist noch. Der ist noch. Platte. Der ist noch. Platte. 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 Plättchen. Irgendwas. Armor. Wie auch immer das heißt. Achso. Ich hab's grad nicht verstanden, weil der Klasse so laut ist. Deswegen. Das war ein Mistplank. Da mehr töten müssen. Scheiße. Fünf Teams noch. 50 Meter, ja. Ja, das ist ein Trash-Gunfight. Ach, ich bin so dumm. Ich hab doch. Warte, hier. Ich mach's. Was? Hast du drin? Jetzt bin ich selber drin. Ey, what the fuck. Ich werd schon wieder im Landen fast geholt. Äh, ganz oben. Schussverkauf. Lass das Zeug holen. Egal, brauchst du nicht mehr dringend. Ich hab's schon. Ich bin da, alles gut. Ey, dicker Dave. Ab. Mach bitte die Tür auf. Wenn ich jetzt sterbe. Ah, du bist nicht mehr dringend. Scheiße. Ich komm, ich komm wieder. Warte, warte, warte. Damn's up. Damn's up. Er ist drinne. Er ist oben drinne. Zwei oben drinne. Och, Mann. Es wäre eine Twenty Bomb drin gewesen, wenn ich ein bisschen besser wäre in dem Game. Eier. Boah. Ich hab acht Kills mit 20. Ich wusste, die schimmeln mir den Flau dazu dann. Jetzt darf ich 30 Sekunden warten. Junge, du machst ein gutes Game und wirst dafür bestraft oder was? Ich verarsche. 30 Sekunden. Ich bin full Stunt. Ich bin übel gepusht. Ja, du bist alleine grün. Spiel safe. Ja, die kämpft halt gerade ab hier. Ja, dicker. Die sind richtig schlecht, Mati. Mati, die sind richtig schlecht. Mann, wenn ich recht mit dem Tag stoppe. Ich höre gerade auch nichts. Warum? Wir missen Zone, gell? Zone. Ja. Hier legt noch lauter. Die pushen dich. Die pushen dich. Da ist einer. Der pusht alleine. Der pusht alleine. Den kannst du ficken. Der ist nicht gut. Aimed up. Fickt den. Jetzt ein Fischer. Fuck, da ist noch einer. Noch einer? Naja, jetzt war die nicht so, was ich gerade gemacht habe. Der hat mir an der Ecke drin. Digga, ich habe gerade die ganze Zeit meine Waffen vergriffen. Nehmt der wer rein? Ist der von euch wer drinnen? Ich habe einen Sheetbreak. Ich habe einen Sheetbreak. Es ist Sheetbreak. 20 Sekunden musst du saulang aushalten, Wolfi. Ah, Digga. Ich habe gerade Waffen gewechselt. Er hatte 0 HP. Er hatte 0 HP. Er ist immer noch da. Genau wo die Zone ist. Auf der Straße. Der hat ihn überlebt, was? Pass auf, dass hier keiner reinkommt, gell? Bleib im Gas, wenn es ist. Bleib im Gas. Er ist auf der Straße. Oh, das sind zwei. Du bist down, gell. Ja, aber schau, gut, dass du... Die gehen da. Ich habe einen Knock. Warte, schieß auf die. Komm hoch. Digga, ich habe einen Knock, einen Sheetbreak. Fuck, no. Ich schau, dass ich zum Lordard mache. Der ist schon despawned. Lordard ist schon despawned. Oh, fuck. Ist es schlau jetzt schon hierher zu gehen? Das einzige, was dumm war, dass ich den dritten nicht auch noch gekriegt habe, hätte ich drei Kills gehabt nochmal. Digga. Ich will die Platte. Ja, du warst aber außer Zone und hast es schon gut gemacht. Besser war es der Spiel. Ja, du hast nur nützlich wie Damage gemacht. Ich glaube auch nicht, dass die es packen. Hallo. Mach die Scheiße, Digga. Dieses Speed Trigger nicht so hart. Was liegt denn da noch für eine Waffe, dass ich weiß, ob ich auch... Ja, ich kann ja gar nicht auf mich landen. Egal. Interessiert nicht. Ich bin... Ich komme eh nicht mehr. Über mir Steps? Über dir? Sag was Orange. 5 Team ist 13 Leute. Die Zone ist winzig, gell. Ja, die müssten hier reinkommen. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier. Bist'n du... Ja, in der Hütte hier. Aber ich weiß gar nicht, wieso... Es wird safe jemand bei mir unten mit reinpfuschen. Ja, hier leg da bloß was schlau. Ob ich zu dir kommen oder... Eigentlich die Wellgun von dir. Ja, es werden zwei Fächer unten im Prison drin bleiben und oben auf dem Dach. Ich überlege, ob ich die Wellgun einfach abämmen soll. Ja, da ist noch ne Voyager. Aber ich mag's hier draußen. Ist der mit Control? Ich sag Control, 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 Control. Ich sag's sogar noch. Bitte Orange, jetzt wichtig. Das ist wichtig jetzt. Du musst die anficken, bis die abgelenkt sind. Die sind mitten im... Ah, da ist schon wer da! Noch einer! Da kommt noch einer! Nein! Noch zwei! Noch zwei! Da sind noch zwei! Warte, kipp! Es sind noch zwei gewesen! Ah, gut. Ich dachte, es werden bloß die zwei... Achso, es sind ja... Ach, es sind ja Trios. Ach Gott, bin ich dumm. Ich dachte schon, ja, es ist bloß noch der eine. Ey, ich war auch bei Duos! Oh mein Gott. Ich hätte mich zurückfallen lassen. Ja, den einen hatte ich, der war ja schon da. Aber dann... Mann, wo ist jetzt das? Hier. Ich wollte mich hinlegen, bin wieder gehüpft. Perfekt. Ey, ich sag dir Lickchen. Legs auf den rechten Stick. Das ist Game Changer. Ja. Der Game Changer, wirklich. Perfekt, du kleiner Günther. Ah, komm, wir gehen jetzt. Das ist Warzone. Also, Leute, Günther spielt jetzt Warzone, meine Katze. Du willst mir... Du weißt ja besseres, ey, man. Du willst mir nicht sagen, dass deine eine Katze Nacho heißt und die andere Günther. Das ist nicht dein Ernst. Du willst mir nicht sagen, dass die eine Katze Nacho heißt und die andere Günther. Hä? Ich nenne sie beide Günther. Achso, okay. Aber offiziell heißen sie Nacho und Aris. Aber ich nenne sie mal Günther. Die Katze ist so verwirrt. Ja, ja. Hat er vorher schon gesagt, dass er die Katze verwirrt ist. Äh, wer bist du eigentlich, Mathi? Du hast uns das gar nicht vorgestellt. Was sind wir das für Manni? Äh. Wolfi! Wer ist wie alt? Was? Was? Wolfi. Hallo, Wolfi. Mein Name ist Jan. Hallo, meiner ist Günther. Ich bin anonymer Alkoholiker seit 2014. Mann, wir landen in der Weihnachtsgewehr. Wolfi ist neuerdings aller Günther. Bitte was? Bei dir heißt neuerdings jeder Günther, oder wie? Hä? Ne, bei uns ist das irgendwie so. Wie sagen wir immer so, wenn das ist zum Beispiel, ach Günther. Wenn irgendwer schallt, weiß was ich meine? Ja, klar, klar. Wer kommt nie. Genau. Und deswegen, bei mir heißt eigentlich jeder Günther. Die Katze nicht mehr kennen, weil ich beide auf Günther. Die eine hört auf Günther und die andere auf Günther 1. Äh. Meine Freundin trainiere ich noch auf Günther 2, aber das hat doch nicht so funktioniert. Eben mal gute Frau nach meiner Namen. Das kommt beim Sex auch richtig gut. Boah. Ja, ich glaube ich habe bis 6 gesagt. Oh ja, Günther Blaus noch. Oh ja, die ist geil. Schleck mal. Schleck mal. Spritz mal auf Ditz. Geh mal auf Ditz. Geh mal auf Ditz. Geh mal auf Ditz. Den Österreicher, der so voll ist. Das ist ein Schweizer. Ja, Schweizer. Oh shit, sorry. Ich komm. Ich komm. Den darf ich aber nicht mehr machen. Den darf ich aber nicht mehr machen, seitdem Niki weiß, dass ich ihn deswegen umgebracht habe. Ich treffe ihn, oh Gott. Ja, deswegen, weil er halt gemobbt wurde. Der fuck mich ab. Der fuck mich ab. Ich helf mal, Grün. Ah, der geht rein. Der geht rein. Ja, der hat Angst vor mir. Bei uns. Keine Platte. Er ist wieder raus. Er ist. Pusch dich. Pusch dich. Pusch dich. Ah, Digga. Gerade Waffe aufgenommen, Digga. Du fixst mich nicht, du Buster. Gerade Waffe aufgenommen. Die Ecke war richtig für den Platten, den er gemacht hat. Ah, lässig. Lässig. Ich. Aber ist da bloß einer, oder? Nee, nee. Der zweite hat mich getötet, oder? Ja, ich auch. Oh, jetzt schieße ich von drüben oben. Lass mich direkt reinziehen. Wir landen wieder rein. Ich liebe Auto-Aim. Junge, hab ich das Gefühl, dass ich immer hier länger warten muss, als alle anderen? Was ist das denn? Erster Tod, 10 Sekunden, oder was? Ja klar, guck, jetzt unterwegs. Tick. Einer auf den Da. Ich stehe runter bei dir, Rolf hier. Wo bist du denn? Der Schiebe. Wo ist der andere? Komm, ab hier. Was? Der Schiebe. Mann! Der Schiebe. Nice, 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 nice. Aber ich hab nichts. Ich hab keine Waffen. Das war kein Team. Ja, ich hab eine gedroppt. Ich bin grad gestorben. Ja, ich sind noch. Ist über unserem Dock fern? Ich hör noch Steps. Warte, 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 warte. Und? Ja, du Hohlensohn, weil ich besser bin. Harry. Harry Kane. Alter, du bist dabei. Ja, der hat mich davor schon gefüllt. Achtung, es kommt noch einer. Der Blau, wir brauchen dich. Ganz dringend. Ich bin da. Ich muss nur kurz Platten geben. Ja, ne, das war auch fast so. Ich wollte auch fast so. Ich kenne mich doch, alter. Was für scheiß Waffen. Die Luftschlag kommt vom Prison einfach. Die Luftschlag kommt vom Prison einfach. Oh, pass auf. Hier ist aber zu Fame. Mit, mit, mit. Geh, danke. Geh mal hier auch durch die Wand durch. Lass mal Platten kaufen. Oh, shit. Der ist oben drauf. Oben, außen. Rechts oben, außen. Der würde jetzt oben reingehen wahrscheinlich. Wo? Rechts oben, draußen. Bei, bei dem Waffen. Symbol. Ja, der ist reingehen. Ne, ich halt nicht. 2, 2, 2. Einer noch. Nice. Beide noch. Finish. Der andere lebt noch. Er lebt noch blau. Ja, 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 ich war schon. Ja, kein Problem. Den haben wir eben finished. Boah, ich hab mich so tot gehen sehen da gerade. Immer diese 1 gegen 2. Jungs, wir bleiben jetzt so am Arsch, wie wir gerade sind. Wir bleiben jetzt so am Arsch, wie wir gerade sind. Ey, das ist schwul. Nein, schau, aber jetzt läuft's mal. Das funktioniert gerade richtig gut. Ja, also die erste Runde habe ich 8 Kills gemacht. Jetzt habe ich auch schon viele. Die sind nicht gut. Wir kriegen das schon mal. Ähm, Wellgun ist nicht Kacke, ja. Alter, ich hab null Kills. Was ist denn jetzt? Oh, ich hab Geld. Ich hab das ganze Geld. Ich bin reiicht auf mich mit der Chancen. Irgendwo von hier. Bitte, bitte. Von wo? Von wo? Irgendwo aus der Richtung. In die Richtung. Bei mir. Hier sind 2. Einer noch unten. Drinnen, oder? Wo, wo, wo? Ja. Oh, über mir. Ist über mir. Komm von oben. Digga, der hat sich angehört, als würde von unten kommen. Ich hab schon Lodi. Mir wurde auch einer von oben angezeigt. Auf Call. Ja, Digga, ist gerade überall. Beim Shop, beim Shop. Beim Shop. Er ist hier oben. Digga. Kennen die diese Leute, die einfach nur in der Ecke sind? Oh, Lodi, kannst du auch nicht landen. Da geht gerade ein Full 7 hin. Ich muss schon wieder 100 Sekunden warten. Warum? Leute, die viele Kills haben doch nicht so was. Alter, such dir ein Leben, du dreckiger Bastard. Wenn du jetzt stirbst. Das ist jetzt unser Loader. Er schießt mich vollen Leben-Knotes ab. Alle pushen Control, gell? Oder alle Aim-Control abgebildet. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Noch einer pushen Control. Hier ist live grün. Ich bin in der Mitte. Ey, ich hole meinen Loader jetzt. Sind die weg mittlerweile? Ja. Oh, der schießt mich. Alter war auf Top Control. Da drinnen war einer. Äh, Living war auch ein Team. Da war eine Kontrolle an der Tisch. Hast du gechokt? Ich bin da, ich bin da. Wow, wer ist er denn? Ja, Zonen starten. Wir können ihn nicht raus. Jetzt hat die für mein Loader zugegen. Scheiß. Ja, ist über mir. Ja, Störer, in unserem Bereich entdeckt. Noo, der ist One-Shot! Ja, wir sind tot. Kleiner Pastor, ey. Ey, können wir ganz kurz die Pause machen, bitte? So eine Minute. Zwei. Oh, man!